Herzlich Willkommen bei diesem Wie, Wo, Was, Orakel am 28. Januar 2020. Aktuelles Thema ist ein wichtiger Termin oder ein Vertrag. Etwas sollte man besprechen oder klären. Viele von euch beendet etwas oder bringt etwas zum Ende. Und das würde bedeuten, kommt ein Neuanfang. Und dieser Neuanfang wird Februar, spätestens März sein. Ihr werdet die familiären Verbindungen suchen oder jemand sucht die Kontakt. Und ihr werdet dafür sorgen, dass diese Verbindungen aufrechterhalten werden. Es kommt eine gewisse Mütterlichkeit, für andere da zu sein, für andere Sorgen. Wenn da Unangenehmigkeiten waren, das beruhigt sich wieder. Kommt eine Annäherung. Die Männer sind gerade sehr verträumt. Und sie leben diesen Tagestraum. Sie verspüren diese Sehnsucht, aber sie sagen das nicht. Wird aber nicht lange dauern. Sie werden sich äußern. Und ihr Damen sollt ihr jetzt zurückhaltend sein. Oder die Kontakt freundschaftlich pflegen. Und später. Eine angenehme Überraschung kommt in die Liebe. Bei einigen von euch kann eine neue Begegnung sein. Und es würde ein Neuanfang bedeuten in die Liebe Partnerschaft. Viele von uns erleben ganz viele Ungerechtigkeiten zur Zeit. Aber wir können im Gegenwart nichts tun. Unsere Hände sind gebunden. Aber in Verborgenen passiert doch einiges. Und die Wahrheit kommt ins Licht. Die Gerechtigkeit wird siegen. Und das war mein Wie, wo, was, Orakel. Ich bedanke mich für euren Aufmerksamkeit. Bis nächstes Mal. Eure Dendera